Powered up, Demo-Sol-Nans-Hotor-Tome, Mo-Sol-Nans-Hotor-O-Halo-Washington-Ross-In-O-Multa-Multa-Lights-Out Okay Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Mit dabei ist der Grüß, hallo. Und wir greifen an, in Eichenwalde, let's go. Oh, da werden wir gefeest, oh mein. Gut, wir legen gleich los, Leute, wir legen gleich los, wir machen das schon. Du machst das schon, ne? Ich mach das schon, natürlich. So, Leute. Aggressiv drauf gehen. Ja, drauf gehen auf jeden Fall. Ja, ich geh grad drauf, aber im andern Sinne. Oh shit. Hier ist ein Bastion oder sowas, ja. Ja, wir haben Bastion. Junkbrack, Junkbrack. Oh, ich bin tot. Verdammt. Genji. Der alte Schlaguer. Oh, aber wie? Genji. Ja, man darf halt nicht auf Genji schießen, wenn er seine komischen Reflektier-Geschichten macht. Ist einfach dumm gewesen von mir gerade. Shame, shame. Du musst gleich durch Eichenwalde durchlaufen und, äh... Shame, shame, shame. Ja, ist also. Nein. Verdammt. Ich hab wieder Schrapp's den noch. Bucking Tracer. Ist so. Äh, nie, nie, quatsch nicht Tracer. Äh, wie heißt die denn? Die einfriert. Mei, oder? Der Mei. Alter, der hat mich grad so doof eingefroren, das war ärgerlich. Du nimmst den Punkt ein? Ja. Nice. Und ich hab'n Mei getötet. Sehr schön, danke. Und bin eingefroren. Oh. Alles Gute kommt zusammen. Und tot bin ich jetzt auch. Nice, bin wiedergelebt. Smash. Ich wurde noch nie wiedergelebt. Achtung, Mei kommt wieder. Oh, verdammt. Oh, Ulti von Genzi, natürlich. Natürlich. Oh, ärgerlich. Ich hasse Mei und ihre Scheiß-Einfrier-Kacke. Ich hasse Genzi und die Ulti von... Ich starte durch. Aber ich bin ein Reaper... Alter, ich hab vier Goldmedaillen. Okay, drei. Okay, drei. Ich mal wieder. Punkt einnehmen und so. Punkt einnehmen und so. Nice. Ach, ich bin Reaper irgendwie voll geil. Mach Spaß. Stehst du auf ihm, ne? Mach Spaß. Ich hab ja jetzt erst richtig angefangen mit ihm zu spielen. Vorher hab ich ja nie richtig mit ihm gearbeitet. Okay. Weißt du, wir haben immer nur gegeneinander gearbeitet. Oh, das ist natürlich... Aber manchmal muss man auch miteinander arbeiten. Das ist generell so eine gute Grundeinstellung, glaub ich. Oh, wo soll man? Muss er? Fuck. Da war ein Torbjörn hinter mir. Oh, was los einnehmen! Oh, ich schieß grad so daneben. Nein, ich schlafe, verdammt. Mach auf, mach auf! Wir sollten langsam mal den Punkt einnehmen, ne? Oh, nein, Alter. Dieses Einschlafen oder dieses Einfrieren, das macht einen so kaputt. Boah, ernsthaft, ich wurde von so einem... Oh, ich hab die Ulti. Nice. Nice. Ich muss ja noch zu euch laufen. Alter, dieser fucking Turbjörn, ja? Ich den jetzt nicht getötet, wär ich aber ein bisschen ausgelastet. So, ich nehm jetzt den Punkt ein, ohne euch. Ich bin dabei, ja? Nein! Halt oben! Fucking Mei, ich hasse sie. Ich hasse diese... Fucking Mei! Ist halt so. Nice, aber ich sterbe nicht. Wieso? Weil ich wiederbleiben wurde. Oh, und Ulti will... äh, very sick. Nice. Fuck dich. Nice, Alter, nice. Ja, wir haben's fast. Nice, Alter, ist doch so gut. Ich hab mich kurz bevor ich eingefroren bin, noch unsichtbar gemacht und konnte Mei und Hanzo abkassieren. Perfekt. Das war, Alter. Play vorm Feinsten, Alter. Aber ich. Alter, immer fest... Getäubt, ich bin getäubt. Kann man was dagegen machen? Ding, ne. Kannst du nicht. Na, schade. Kannst halt zur Seite gehen. Weil du gut bist. Aber Reinhard zu erledigen ist echt schwierig. Ja, ist schon möglich. Er hat eine tolle Leben, ey. Oh, Fail. Oh nein, 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 nein. Da hat gerade... Wie heißt der Abe nochmal? Winston die Ulti eingesetzt. Was hat er eingesetzt? Ne, doch. Es saß aus, als ob er die Ulti eingesetzt hätte. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Okay. Aber wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Wir machen das noch. Ich bin gerade irgendwie dumm gelaufen. Bin der mal kurz weg. Scheiße. Dann bin ich so viel gebracht. Super, super. Oh, Fuß, Alter. Wenn man Reaper richtig spielt, dann ist der echt fast unbesiegbar. Echt? Ja, das Ding ist, ich mach's halt nicht. Perfekt. Wow, er wird wirklich weggesnipet. Shit. Vom Hanso. Ach, da warst ne Wasted Ulti. Ja, du auch. Aber ich brauchte das jetzt einfach. Ja, ist besser als seine Ulti ewig aufzusparen. Das bringt auch nichts. Okay. Jo, was war das denn gerade von Genji? Perfuck. Warte, was war? Ich muss noch mal gucken. Ah, das war gar... Okay, okay. Ich wurde... Ich sah so aus. Als ob Genji in mein Gesicht gesprungen wäre. So richtig hoch. Und dann mich aufgeflitzelt. Aber es war einfach nur zufälligerweise. In dem Moment auch Hanso in der Nähe und hat auf mich geschossen. Okay. Was war's? Mei? Nein. Ich brauche hier. Endless heal. Nein. Bitte gib mir. Okay. Oh. Nur ein bisschen. So. Das war's damit. Nice. 3 kills. Oder 2? Ich weiß nicht. Die Ulti war mal gut eingesetzt jetzt. Aha. Oh, 6 Sekunden. Schaffen wir das noch? Na klar, Alter. Ihr seid fast da. Ich hab die Leute gerade abgelehnt. Ach, ihr musst an diesem Punkt. Ja, stimmt. Ich hab's gerade nicht gesehen. Stopp, ey. Ja, locker easy. Ey, locker. Richtig locker easy. Richtig locker easy. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ich muss es genauso gerade betonen. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Uiui. Oh, ich hab's ja mal bisschen geil. Aber das Tor offen. Ja, das Tor ist offen. Nice. Das Gate ist open. Na dann. Stürmen wir die Fronten. Oh, shit. Gut, ich tu, mach's nicht. Ich lass dich nur. Was? Ich hab jemanden eliminiert. Wieso nicht? Weil ich das unrealistisch finde. Oh, shit. Wieso noki noki boodibidi? Boodibodi Boods. Achtung. Nein, 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 nein. Nein. Was denn? Bin tot. Ah, ist tot. Ich auch. War geil. Na, geht so. So semi-geil. So semi-geil. Nein, nein. Fast meine Ulti eingesetzt. Was? Fast? Ja. Ich hab schon auf den Knopf gedrückt, aber ich war zu schnell tot. Oh. Oh. Next time, bitch. Next time. Armes crazy boy. Armes team. So kann man natürlich nicht gewinnen, wenn ich nicht dabei bin. Jetzt gibt's mir wieder eine Abkühlung. Oh, jo. Nice. Oh, fuck. Was war das? Da, fuck. Ich hab den Reinhardt fast gecatcht. Aber ich hab den Reinhardt fast gecatcht. Sperre hat er zwielicht erhalten. Was heißt denn jetzt? Was hast du da? Achso. Das ist die Damage-Perle von Signata. Die erhöht den Schaden, den du bekommst. Nice. Weil ich grad Signata getötet hab, oder was? Nein. Die erhöht den Schaden, den du bekommst. Ja, okay. Aber ich hab grad auf Signata geschossen. Und hab dann diese Perle bekommen. Ja, der hat noch seine Perle auf dich geworfen. Das ist schlecht. Ah. Okay. Die Bracht muss weiter. Die Bracht muss weiter. Und ich hab schon gedacht. Oh man, das ist jetzt knapp. Das war mega dumm gerade, was ich gemacht habe. Sowieso. Schaffen wir nicht mehr, oder? Geht schlecht aus. Wenn wir jetzt langsam mal uns an die Fach machen. Ja. Nein. Shit. Schaffen wir nicht mehr. Als ob wir das jetzt so knopfer kacken. Komm schon. Nein. Jo. Das war's. Ärgerlich. Es sah echt gut aus. Ja, eigentlich nicht. Also zeitweise sah es gut aus, wenn man wieder schlägt. Also es war so ein Hin und Her die ganze Zeit. Ja, aber es kommt halt auf dieses letzte Stück an. Und da waren wir halt echt schlecht. Ja, leider. Schau mal hier. Ja. Ja, das kann man nur machen. Ja, kann man nur machen. Ja, kann man nur machen. Oh, ich hab mir doch was bestellen sollen. Oh, ich hab mir doch was bestellen sollen. Oh, komm, wie da hockt. Ich schilis. Oh, jetzt ist aus dem Besten noch ein Manziner geworden. Und los geht's. Lass das Flanken beginnen. Oh, oh. Ja. Ich bin schon fast. Oh, 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 oh. To-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, das effektiv, effektiv, nicht. nicht nur ein paar ich bin da und 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 ich freue mich auf dem von uns auf die nächste Staffel ich freue mich drauf wer nicht? Alter, das wird so geil, das wird hier so eine geile Zeitgrüße jede Woche auf... Egal, egal, wir freuen uns trotzdem ich freue mich über jede einzelne Folge ich bünde hier gar nichts Alter, diese scheiß aber nicht geschützt, pass auf weg damit, sehr schön feindliches Geschütz aus dem Verkehr gezogen immer wieder gerne oh oh oh, was? was dann? hab mich gerade jemand was angeballert und wo? oh 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 sehr schön Mist er hatte mich im Visier ich hätte warten sollen, bis ich mein Unsichtbarkeitsding habe ja, hätte ich so ich hätte meine Geisterform von der Schutze ist ja dümmer hier von der Schutze ist ja dümmer hier von der Schutze ist ja dümmer hier aber hinter uns für wo? alter hinter uns wo denn?! ne wo denn?! schießt auf euch! wo denn?! auf mich nicht deswegen was kommt zu wir müssen ja nicht betzen ne? ne, bin ich nicht ja was war es zu tun aber ich stehe ganz oben und die hat scheiß Gott von Divas hochgegangen ich dachte nicht dass sie mich damit kriegt weil ich so weit oben stand Schau von oben aber ich wurde auch nicht getroffen na man ich wurde voll getroffen voll blöd voll blöd ist das für mich also von mir so wo war der Sniper gerade, da ist irgendein Sniper wo war denn der? ich muss mein Ultimate noch mehr abladen muss ich das wissen es gibt keinen Sniper nur eine Totung für die Maker ist ja fast das gleiche ja aber nur fast richtig geil die Map finde ich mag die Map den ganzen Kameras setzen so ist schon cool der Bess hat seine Ulti genutzt aber glaube ich voll gewastet nice heiße Junkrat alter Junkrat hier hat er mich weggebobbt hier holen wir jetzt ich hab ein gutes Gefühl bei der Rimm ich hab ein gutes Gefühl ich hab ein gutes Gefühl ich auch läuft nämlich grad echt sehr gut da muss man sagen so ähm ganz easy bei mir ganz so wie dein Freunde scharfschutz nicht ausrasten wo ist jetzt wieder ein Scharfschutz hier fucking hell ich hab meine Ulti zwar gewastet aber ich hab wesentlich eingetötet darauf kommt's mir an ist ja noch nicht ganz gewastet nein nicht diese Stunde heute nicht heute nicht tschüss oh ich bin so knapp an der Ulti vorbei ich bin so knapp an Junkrat weggeflankt Junkrat weggeflankt 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 direkt von Hanzo penetriert nice oh da stehst du doch auch ins Geheim drauf oder lass mal ehrlich hm lass mal ehrlich da stehst du auch drauf irgendwo oder genau da stehst du nicht du stehst doch drauf oder ja ein bisschen aber das muss man ja nicht so offen tun da kam der Gegenverkehr gerade an nein da bin ich down aber immer noch zwei mitgenommen immerhin System of the down oh scheiße ich hab mich gerade um sich gemacht ich glaub ich bin das erste mal down gegangen oder die Runde ich glaub ja jetzt ja ich glaube schon also wenn dann höchst noch einmal aber ich glaub es war das erste mal ok herzlichen Glückwunsch dafür ja ne ja da kriegt er jetzt Panik Leute hä noo shit ja da geht den Gegnern schon der Kackstift der Kackstift alter ernsthaft wirst du das Sprichwort nicht? ne da geht mir der Kackstift ne Alter in welchem Dorf lebst du? oh Dudes wir haben gleich wir haben's gleich ich flänke hier hinten noch ein bisschen ja ist ja nix neues Alter Maggi hat gerade voll seine Ulti gewastet nice oh ich hab grad gesehen wie Bastion gehuckt wurde ist der? nice ist der Runde richtig schlecht hat nicht eine Medaille bei mir läuft's richtig gut ich läuft echt gut ich läuft echt gut war ne coole Runde lol Finn nice hast du das noch nie gesehen? ne nice oh das cool haha wie cooler im Boot ey ok 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 das ist eine Anführung naja der kleine Roboter von May ist aber auch nie das war cool ja du bist auch dabei natürlich nicht was soll denn das heißen mach das alles nicht für den Roboter ich mach das alles nicht für den Roboter ich mach das alles nicht für den Roboter ich heißt was es heißt und es heißt nix anderes na gut Leute dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge Overwatch bis dahin schau euer Mysterio und schon für 12 erreicht wow komm wir öffnen noch die Lootbox die Lootbox öffnen wir noch dann schauen wir mal rein ist wieder mal eine normale keine Halloween und oh was lilan ist Münzen ok Symentra habe ich einen neuen Skin bekommen komm wir mal rein ne Siegerpose ok Credits 250 ja war jetzt nicht so die coole Lootbox um ehrlich zu sein ja aber mit Credits kannst du dir halt Sachen kaufen jaaa hab ich jetzt nur 205 ne reicht doch für? für Sachen reicht's ok na gut bis zum nächsten Mal aufs Reinschau tschüss sch bis jetzt sch bis jetzt sch tr rural sch